ich guck mal was auch so abgeht ja wenn du ins Wasser fliegt steigst du automatisch ab und jetzt bist du ich bin doch ein geiler Typ ich den mal anrufen ob der weiß wie man Handy benutzt finden wir es heraus du bist aus der Party geflogen falls du es du bist aus der Party geflogen falls du es mitbekommen hast du musst wieder reinkommen es ist ein dummes Mensch ich je gesehen habe bis gleich du bist so dumm ne wirklich das ist der Wahnsinn ich redete die ganze Zeit auch schon so warum wusste mir keiner dummer Mensch er wirklich fällt mir nicht so ein wie man so diskutieren muss sein kann so langsam tut es weh was passiert ich bin über das Geländer geritten wo genau und T-Rex nicht sterben was Aua wo bist du ich bin über das Geländer einfach gelaufen ja aber wo auf welcher Seite ja von mir aus gesehen links beschreib deine Umgebung Bäume paar Dinos sehr gut das kann ja quasi nur an einem Ort sein ah da bist du du läufst voll weg du musst in die andere Richtung am t-rex mir kann nichts passieren ja was passiert da war ein toto der ist jetzt tot ja der rex kann die auch tot laufen also das ist Hilfe wo sind wir ich nehme euch wie kann ich dich engreifen ich glaube er ist oder er zwei ich habe ihn ich bin grad ein Fugelarsch hey was ist denn los ich will ihn haben wenn ich ihn jetzt loslasse dann ist das nicht gut ich wollte hey ist der Palette was macht was macht die Palette da was ist dein Kanu was von mir grad rot Kanu angezeigt aber mit K ja platzi kamo so weiß ja auch mit N aber ohne R nein kamo ne ne ich weiß auch wie ich die Dino genannt habe halt's Maul ja sehr gut ne leih jetzt die Tüße von angreifen wenn ich die Ame schlage ja das Spawn nochmal neu ich komm nochmal dahin wissen habe ich erst eine Minute respawn ha ha ne jetzt bin ich wieder da wo am Strand ja komm mal zurück wo du gerade warst ich werde es ein bisschen woanders gespawnt warum zu so dass weil man nicht immer gleich nordsburg weil ich das für eine eklige mutter mann bist du denn wir haben strand scheinbar bei der motorstrand gelber die sind ganz komisch sind welche mit was ist angestellt ja ich habe jetzt aktiviert mal so schön geklaut auf dem boden kannst du fliegen oder da ist die werde ich ihn wieder runter gleicher knopf bitte dich neues level so musste nicht fliegen um zu bringen ja ich will gucken wie man fliegen kann achte auf den ausdauern ist eben kein ausdauern mehr hat dann stellen wir beide ja die frei ja ich habe richtig schön sand dabei schmeiße weg so leichter wann wird denn kritisch ich möchte das ausprobieren ich weiß was überlebt oder ja vielleicht kein egal oder nun ist weil du kein austral maus naja außer habe ich noch fast voll im wasser ziemlich fast da wo du mich hoch geholt hast glaube ich sehe dich ja wenn du ins wasser fliegt steigst automatisch ab ich kann sich auch vom wasser aus holen nur wenn du gut bist und jetzt bist du komm mal runter warte mal greift mich da jetzt an weil ich ich angeschlagen habe naja also wieso habe ich denn so gefährliche musik habe ich auch auf einmal ja weil du den dino oder ich angeschlagen hast ich habe ich angeschlagen ja das ist deswegen aua ey alla das ist meine axt nein da auf ja ich mich tot simon ja vogel abgezogen ich habe die macht können es was lustiges machen wieso hast du die macht ich habe max was tust du ich lasse dich herunter und wasser überlebt ja das was jetzt was jetzt wie max die einfach gerettet hat einfach ein geiler typ kannst du mal ein nido in ruhe lassen und jetzt habe ich den nido wieder oh ich bin doch ein geiler typ gibt du